Alles wird teurer. Immer mehr Menschen können sich ihren Wocheneinkauf nicht mehr leisten. Aber die Lebensmittelkonzerne, die streichen Höchstgewinne ein. Ist das gerecht? Die Uhr tickt für unseren Planeten und trotzdem warten wir noch auf kostenlose Bus und Bahn. Oder darauf, dass überhaupt Öffis fahren. Gleichzeitig setzen die Superreichen das Klima weiter in Privatschets und Yachten auf Spälen. Ist das gerecht? Wir suchen schon länger eine größere Wohnung, aber es ist einfach alles viel zu teuer. Und die Immobilienkonzerne können trotzdem weiter die Miete erhöhen. Ist das gerecht? Zu dünn besetzt, zu viel zu tun und ständig unter Druck. Ich arbeite mich hier kaputt, weil Krankenhauskonzerne Profit aus der Pflege schlagen. Ist das gerecht? Nein, ist es nicht. Gerechtigkeit geht nur mit Links. Europa braucht eine starke Linke. Am 9.6. Die Linke wählen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin.